Niemals würde ich so eine blöde Aluminiumrampe, die ja günstig ist zu kaufen, reparieren oder schweißen. Das Ding kaufe ich mir einfach neu und da bin ich fertig. Frage ist nur, ändert sich irgendwas am Grundzustand, warum dieses Ding kaputt gegangen ist? Weil, wir gehen mal ganz stark davon aus, es liegt da dran, dass hier so ganz kleine feine Hefter gemacht worden sind. Und es wird bei einem Neuteil nicht anders sein. Und gleich vorweg, wenn du so einen Kumpel hast, der auch gerne sowas wegschmeißen würde, dem schickst du jetzt mal das Video, dass er das nicht macht, weil ich jetzt erklären will, warum. Also wir haben hier außen Aluminiumprofile, die haben sehr schön zusammengeschweißt, alles gebastelt hier oben, da haben sie auch ordentlich geschweißt, da kann man jetzt mal gar nichts dagegen sagen. Wo sie ein bisschen wenig geschweißt haben, bis hin zu gar nicht, ist hier drinnen. So, und was soll das sein? Wir haben hier, dass du mal meinen Finger als Vergleich siehst, einen unfassbar kleinen Hefter, die natürlich, oh der ist ein bisschen größer, alle ein- oder abgerissen sind. So, was passiert jetzt? Das ist natürlich hier überall, guck mal hin, hier ist es noch ein bisschen schlimmer, Motorrad hat ein bisschen was gewogen. Erstmal könnte natürlich das vielleicht nicht zwei Millimeter sein, sondern drei. Mit Riffelblech kriegst du auch nochmal ein bisschen mehr Stabilität rein, da könnte man das nochmal ändern. Aber jetzt kaufst du eine neue Schiene, was hast du? Also eine neue Auffahrrampe und hast dasselbe Problem wieder. Deswegen habe ich jetzt schon mal die MEW Weldinger angemacht, meine Pulsanlage, die wir ja gerne zum Aluminiumschweißen nehmen. Die ist jetzt schon mal stattklar und werden jetzt die Nähte hier natürlich mal systematisch nachziehen, dass das wieder ordentlich ist. Weil wie gesagt, du kannst dir fünf Stück kaufen, aber die Nähte werden alle, das ist schon echt, eigentlich, schreib es mal in den Kommentaren, ob du das auch frech findest. Ich finde es unfassbar frech, dass da so wenig geschweißt worden ist, weil das war eigentlich klar und ist eine Frage der Zeit, bis das dann halt einfach so aussieht einmal, dass er einreisen oder halt komplett abreißt. Andreas Porsche, genau solche Kommentare liebe ich. Das sind immer geile Anregungen, super Ideen. Also vielen Dank erstmal dafür. Mich werde auf der Beste das nächste Mal, werde ich mir einen Wegbrenner besorgen und dann werde ich so die Interviews führen mit den Jungs. Das ist auf jeden Fall eine spitze Idee. Vielen Dank dafür. Und genau das mag ich da dran. Immer schön kommentieren. Zeig mir, sag mir gerne, was du von den Videos hältst, was wir verbessern können. Immer Optimierungsvorschläge, sehr, sehr gerne gewünscht. Natürlich auch für alle anderen, die die Videos gucken, hat immer jeder einen Vorteil dadurch. Dann ist noch natürlich die Frage, warum MIG und nicht WIG? Gibt es für mich eigentlich auch eine ganz klare Aussage. Wir wollen ja nicht, dass ich das Blech hier drinne, weil es ja schon so extrem dünn ist, verformt sinnlos. Das heißt, wir können hier eine schöne Pulsnaht reinziehen und können hier immer so zwei, drei Zentimeter näht. Da würde ich schon ziehen. Gut, okay, hier müssen wir ein bisschen drauf achten. Hier ist es natürlich sehr dünn. Das ist auch wieder ein bisschen unterschiedlich. Hier ist es wieder ein bisschen mehr Abstand. Also wir müssen ein bisschen gucken, peu a peu. Hier geht, denke ich, Funktion vor Optik. Das sieht man da unten drunter eh nicht. Und wenn wir zwei Nähte mehr machen, ist es auch noch so. Also deswegen. Und hier haben sie aber sogar weggeschweißt, die anderen Anbauteile. Und da haben sie alles schön durchgeschweißt. Das ist super. Und hier waren sie leider ein bisschen sparsam. Aber ist nicht ganz so schlimm. Deswegen schweißen wir das jetzt alles nach. Wir schmeißen natürlich unsere Absaugung an. Schön mit 42 Quadratmeter. Da drüben haben wir es jetzt geschafft. Nach zwei Jahren, das war nur ein 25 Quadratmeter Filter, dass der mal voll wurde. Also war echt krass. Hat er dann mal gepiepst. Und da wird dir echt schlecht, wenn du siehst, was da alles so drin ist. Und hier drüben ist es ja noch krasser. Ich denke mal, wenn der zwei Jahre hält, ist er schon krass hier, der große. Weil durchs Mack-Elektrode-Schweißen haben wir natürlich hier viel, viel mehr Dreck. Und nicht nur den Schweißrauch. Ist ja klar, hier fällt ein bisschen mehr an. Also wir machen uns das Gerät klar. Da ist eigentlich alles schon safe. Alutrat ist drin. Doppelpuls eingestellt. Wir gehen ganz normal in Zenerg-Modus. Machen wir wie immer trotzdem eine kleine Probe. Das empfehle ich dir auch immer. Vor allen Dingen, weil wir auch nicht ständig mitschweißen. Und dann testen wir das mal kurz hier. Und wie gesagt, wenn du halt hier schon mal ein 3mm-Flecht hier drinnen nehmen würdest, wäre das eine andere Sache. Könnte man eventuell auch noch machen. Das ist schnell rausgeschnitten hier, die paar Bleche. Schnell was zugeschnitten. Und macht es als, na gut, jetzt habe ich hier gerade keinen Riff. Doch, hier oben. Das gibt ja durch die Tränen auch noch mal ein bisschen Stabilität. Und rutscht dann dadurch auch nicht ganz so krass. Und dann hast du es auf jeden Fall stabiler als das, was die hier reingemacht haben in den 2mm. Sein Motorrad wiegt 150 Kilo. Ist ja klar, dass das 2mm-Plech da irgendwann mal nachgibt, wenn er nicht direkt in der Mitte auf der Strebe das Motorrad schiebt. Einfach schnell und günstig das Schweißen erlernen. Von dem Ergebnis zu dem mit unseren Online-Kursen. Schaut ihr die alle an, sind schon weit über 10 Stunden. Naja, ich habe es aber nicht so schlimm wie der Kevin. Der macht nämlich hier schön Zinkdruckguss. Und da musst du immer schön drauf achten, es darf nicht zu warm werden. Sonst fällt es einfach runter, wie es ihm jetzt passiert ist. Ah, schnell fertig werden wollen. Ich mache noch mal einen Hefter und dann war es das, ne? Ich habe es mir aber schon gesagt. Eigentlich wusste es. Hier wird nämlich erst, hier wird sogar erstes Lehrjahr rausgeholt mit der Pfeile oder was. Aber die Scoot habe ich gestern abgenommen. Für den Zinkdruckguss, sag mal. Das spart richtig runter, gell? Dafür geht es. Das ist so weich, das Zeug. Deswegen arbeiten wir ja auch so gerne mit Aluminum, weil das so gut geht. Helm holen und dann geht es los. Wenn das Teil natürlich jetzt sehr gebraucht ist, kann man noch mal eins machen. Geht noch mal mit der Drahtbürste richtig schön in die Ecken rein. Macht das Ganze noch mal sauber. Ist natürlich dafür da, dass du dann beim Zünden ein bisschen die Oxidenschicht runterholst. Zündet einfach schöner beim MEG. Und dann können wir schön hier dann durchgehen. Wir müssen uns dann natürlich hier so ein paar Punkte suchen. Wo es hier sehr dünn ist, wird es natürlich schwierig. Hier würde ich den Hefter einfach vergrößern. Hier kann man ein bisschen länger ziehen. Hier wieder einen Fetten reinmachen. Und so würde ich dann einfach fix durchgehen. Hier brauchen wir, hier hinten, brauchen wir dann wahrscheinlich aber eher eine Spannswinge noch. Weil hier ist natürlich der Spalt relativ groß. Das heißt, entweder müssen wir gucken, ob wir es einfach rangezogen bekommen. Gut, es geht allerdings, dass wir es einfach wieder dahin bringen, wo wir es auch brauchen, das Blech. Ist natürlich auch so ein Punkt, gell? Das ist natürlich auch ein Punkt. so das ist natürlich mit meg eine schnelle sache hat gut funktioniert hat spaß gemacht zum schluss verputze ich das ganze immer noch mal ich möchte dass er schön sauber ist damit halt auch einfach so aussieht zum schluss du siehst zum schluss ein bisschen eingefallen ich musste mich halt immer ein bisschen beeilen hier habe ich eigentlich nur geheftet damit es quasi nicht zu warm wird dass ich nicht durchfall gab natürlich zwei drei stellen wo ich mal durchgekommen bin deswegen habe ich das dann mit dem winkelschleifer noch verschliffen ja es ist halt nur zwei millimeter blech und ich wollte aber halt immer schön trotzdem auch tief rein kommen damit man halt eine ordentliche stabile naht haben was ich noch vergessen hatte zwischendurch ich benutze immer das trennspray sprühe ich immer dann die stellen mit ich so ein bisschen ein damit hier die hefter nicht leben bleiben das heißt ich bin ja zum schluss einfach nur habt ihr hier auf unserem winkelschleifer so einen kleinen ich hier genommen der ist auch relativ weich ist von norden und geht dann quasi auch immer gut die spritzer runter weil die gehen sonst bei aluminium echt bescheiden runter aber haben wir uns ganz schön stark daran gewöhnt das nutzen wir auch viel für stahl weil es halt unsere arbeit extrem vereinfacht geht alles viel viel schneller und macht dadurch viel mehr spaß du hast auch gesehen bevor ich jetzt dann immer ein schweißhelm runternehmen ist bei mir die tür offen die auch einfach aus dem grund die absaugung zieht war zwar schon viel weg hier aber mir ist wichtig dass hier wirklich alles draußen ist beim schleifen lasse ich das auch immer noch auf ja also das heißt ich habe es auch ein bisschen mit meinem werkzeug versucht das ganze noch zu richten dass man wieder ein bisschen in die ursprungsform zurückkommen aber man hat jetzt auf jeden fall hier schon um einiges mehr stabilität wieder drinne stabil ich habe es ja wirklich auf allen profilen auf dem äußeren auf den mittleren richtig schön gespeist und dadurch haben wir natürlich jetzt einiges an mehr stabilität rein bekommen stabil wenn man jetzt irgendwann sagt okay ich will das behalten hätte man wie gesagt das hier natürlich raus schneiden können hätte das blech noch mal stabiler gemacht stabil wir haben es doch geprägt aber ich denke alleine jetzt durch die hefter ist das ganze um einiges stabiler geworden stabil wir haben es doch geprägt stabil stabil also zubehör hast du gesehen ich habe nicht viel gebraucht ich habe einen hammer ich habe das trennspray ich habe den drahtigeln akkuschrauber dann die weldinger maschine du brauchst natürlich in der mac anlage eine teflon seele eine alustromdüse empfehle ich dir immer und die richtige drahtförderrolle für aluminium das sind so die drei punkte ist aber bei weldinger echt das sind günstige artikel nagelminchig fest aber ich glaube zwischen 50 und 70 euro hast du das nachgerüstet gut kommt noch eine alu drahtrolle dazu aber dann bist du safe und kannst auf jeden fall entspannt solche reparaturen bei dir zu hause durchführen ja diesmal ging es mal um eine kleine reparatur eher so im privatbereich aber ich denke auch für firmen interessante sache ich denke firmen oder jeder der irgendwie die möglichkeit hat zum schweißen wird solche sachen reparieren weil es macht einfach sinn wenn man schweißgerät hat wenn man die sachen da hat sowas zu verbessern und wie gesagt es bringt dir nichts du kaufst das teil neu und leider sind die nähte immer sehr sehr unterdimensioniert das heißt es würde schnell wieder in dieselbe situation kommt deswegen ist es doch cool schreibt das mal in den kommentar ob du auch so typ bist lieber reparieren und ein bisschen was individuelles basteln dann an deinen sachen und optimieren statt das ganze neu zu kaufen lass es mich gerne mal wissen das war es dann zu dem kleinen eindruck von der aluminium rampe wenn dich das ganze interessiert ich habe alles unten in der beschreibung verlinkt hier kommst du auf jeden fall unten links zum schweißgerät und hier oben rechts habe ich zu dem schweißgerät schon bei anderen videos die kannst du dir noch gerne angucken zum mew 202 ich wünsche dir einen coolen abend lass es dir gut gehen und wir sehen uns zum nächsten video